Wir befinden uns in einer kosmischen Wende oder wie die Hopis sagen, in einem reißenden kosmischen Fluss. Immer mehr Menschen sind jetzt gefordert zu erwachen, sei es, dass es spontan geschieht plötzlich und ohne Vorwarnung oder aber auch sehr bewusst herbeigeführt durch spirituelle Praktiken und Bewusstseinsschulung. Doch nicht jede Phase des Erwachens muss angenehm empfunden werden. Die Bewusstseinserweiterung kann mitunter sehr dunkle Wegstrecken enthalten und Sinnkrisen auslösen. In manchen fühlt man sich gelähmt, hat Leid, Kummer, Trauer und Verzweiflung. In dieser Folge teile ich mit dir, was du tun kannst, wenn du durch solch eine dunkle Wegstrecke durch musst. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Liebe glücklich Podcast. Mein Name ist Linda Giese. Ich bin Science-Potentialkoach und Chakra-Therapeutin. Folgender Aufruf wurde von den Hopi-Indianern übermittelt. Wenn ich richtig informiert bin, sogar schon 2001. Es handelt sich um eine sehr tiefgehende und wegweisende Botschaft, die ich unfassbar passend finde für unsere aktuelle Zeit und diese somit zum Einstieg für unser Thema mit dir teilen möchte. Der Aufruf der Hopi-Indianer. Wir befinden uns in einem reißenden kosmischen Fluss. Dieser ist so stark und mächtig, dass ihn viele Menschen fürchten werden. Sie werden versuchen, sich am Ufer festzuhalten. Sie werden auch das Gefühl haben, auseinandergerissen zu werden und werden aus diesem Grund sehr leiden. Wisse, dass der Fluss seine Absicht und sein Ziel hat. Die Weisen der Hopi-Indianer rufen dazu auf, sich vom Ufer loszulösen und sich in die Mitte des Flusses ziehen zu lassen. Wir sollen unsere Häupter über dem Wasser halten, um den Blick für jene freizuhalten, die, wie wir selbst, mit Vertrauen und Freude im Fluss treiben. In dieser Zeit sollten wir nichts persönlich nehmen und auch nichts auf uns alleine beziehen. Wenn wir das machen würden, würde unsere spirituelle Reise und unser Wachstum blockiert. Die Zeit des einsamen Wolfes ist vorbei. Orientiert euch an der Gruppe, an eurem Mitmenschen, sagen die Hopis. Sie sagen auch, streicht das Wort Kampf aus eurem Vokabular und aus eurem Bewusstsein. Alles, was wir im Alltag machen, sollte als heiliger Akt gesehen werden. Suche keine Führer abseits deiner selbst. Gewinne deine eigene Kraft zurück und halte sie für deine Entwicklung. Es gibt keine Landkarte mehr, keine Glaubensbekenntnisse und keine Philosophien. Von jetzt an kommen die Anweisungen geradewegs aus dem Universum. Der Plan wird offenbar. Millisekunde auf Millisekunde. Unsichtbar, intuitiv, spontan und liebevoll. Gehe in deine Zelle und deine Zelle wird dich alles lehren, was es zu wissen gibt. Das war die Botschaft. Viele von uns haben das Gefühl, sich am Ufer des reißenden Flusses festzukrallen und das erzeugt Leid, Schmerz, Angst. Ich glaube, das Schwerste, was wir immer wieder erleben in der Zeit des Wandels und in der Phase des Erwachens, ist das Loslassen. Immer wieder geraten wir an Punkten, wo wir feststellen, schon wieder bin ich dabei, mich festzukrallen. Punkte, an denen es uns schwerfällt, ins Vertrauen zu gehen und uns dem reißenden kosmischen Fluss hinzugeben. Das ist so verständlich, schließlich handelt es sich nicht mal eben um ein vor sich hin plätscherndes Bächlein, sondern um einen reißenden Strom, in dem wir keinerlei Kontrolle mehr haben. Doch warum kann uns das in Sinnkrisen stürzen? Ein neues Bewusstsein erwacht und das lässt viele Facetten unseres gewohnten Selbstbildes absterben, um Raum für die Erweiterung des Neuen zu schaffen. Das kann jeden von uns treffen, auch jene, die schon lange mit spirituellen Konzepten vertraut sind und sich damit befassen. Das ist vergleichbar mit einer gigantischen Entgiftung. Ein Entgiftungsprozess, der unseren Körper, unsere Psyche, unsere Glaubenssätze, unsere Ziele, unsere Werte und Wünsche inklusive unseres Weltbildes und unseres Selbstbildes betrifft. Das gesamte Leben wird während des Erwachensprozesses entgiftet und kaum ein Konzept kann mühelos mitgenommen werden auf diese aufregende Reise. Dieser Entgiftungsprozess schwemmt alle unbrauchbaren Stoffe und alte Schlacken aus uns heraus. Das führt, wie bei jeder normalen Ausleitung, zu Symptomen. Alles, was die Seele vergiftet hat, wird nun fortgespült. Beziehungen können plötzlich auf dem Prüfstand stehen, genauso wie der Job. Tiefe Sinnkrisen, Orientierungslosigkeit und Lebensumbrüche sind nicht selten. Ich habe mir sechs wundervolle Tipps ausgesucht, die dir helfen können, diese Prozesse wirklich gut zu überstehen. Der erste Tipp ist, vermeide Flucht. Der ganz verständliche erste Impuls ist die Flucht. Wir wollen nur noch, dass dieses unerträgliche Gefühl aufhört. Nicht selten hört man von Menschen, die im Erwachensprozess stecken, dass sie am liebsten wieder zurück in ihre schlafende Unbewusstheit wollen. Auch mir ging das so. Da dieses verständlicherweise nicht geht, greifen viele nach etwas, das beruhigt oder ablenkt. Von Drogen, Alkohol, Social Media und Co. bei vielleicht nicht ganz so bewussten Menschen bis hin zu Meditation, Yoga und anderen spirituellen Praxen bei bewussten Menschen. Ich persönlich rate von Flucht ab, da alles, was zur Beruhigung des Prozesses genutzt wird, verschlimmert den Prozess. Selbst die spirituellen Praxen, die die verloren geglaubte Anbindung an etwas Höheres wiederherstellen soll, ist eine Flucht. Sie ist wie das Festklammern am Uferrand. Vertraue darauf, es wird sich alles wieder ganz normal einstellen und sogar auf einem viel höheren Niveau einpendeln. Diese Phase ist so wichtig, dass wir uns auch einfach total verloren fühlen, damit wir alles loslassen. Das heißt, wenn du etwas tust, um vor dem Prozess zu fliehen, um ihn zu beruhigen, wirst du wahrscheinlich den Schmerz vergrößern. Wenn du etwas tust, um den Prozess zu verstehen, wird zwar aller Wahrscheinlichkeit nach der Schmerz nicht unbedingt verringert, doch du wirst den Prozess unterstützen und ihn nicht unnötig verlängern. Tipp 2. Annehmen. Genauso wie die Flucht ist es üblich, den Zustand nicht wahrhaben zu wollen, ihn nicht einsehen zu wollen. Dass es so ist, wie es ist, wir verdrängen ihn. Besonders wenn es plötzlich über uns hereinbricht, ist unser spirituelles Ego massiv überfordert, wenn in unserer Licht- und Liebewelt auf einmal das Licht ausgeht und wir in die tiefe Dunkelheit unserer Seele reinrauschen. Dieses zu ignorieren, wird weder den Schmerz noch den Prozess verhindern. Ich hatte mal eine Teilnehmerin in meiner Ausbildung, die genau diesen Verdrängungsprozess praktizierte. Sie wurde von Mal zu Mal schriller, lauter, fröhlicher und künstlicher, also so künstlich-fröhlich. Während alle anderen über ihre Prozesse offensprachen, sich gegenseitig ja mitteilten, sich unterstützten, beharrte sie vehement auf ihre spirituelle Unversehrtheit und glänzte übergriffig mit weisen Ratschlägen in schriller Stimme. Sie hat ihre Krise nicht wahrhaben wollen. Ich verstehe das und ich habe wirklich tiefes Mitgefühl, denn niemand leidet gerne und niemand hat gerne Angst. Besonders wenn wir uns unsere heile Welt so mühevoll aufgebaut haben, ist solch ein reißender kosmischer Fluss vernichtend für unser Kartenhaus. Die Teilnehmerin hat dem Druck ihrer Seele auf ihre Psyche nicht ausgehalten. Der Damm brach. Wir konnten ihr helfen und sie unterstützen, sich ihren Prozessen zu stellen. Sehr heilsam. Ja, was mich zum nächsten Punkt führt. Punkt drei. Du bist nicht alleine. Wie die Hopis in ihrem Aufruf schon sagten, halte Ausschau nach denen, die mit dir im reißenden kosmischen Fluss unterwegs sind. Schließe dich mit anderen zusammen. Öffne dich Menschen gegenüber, denen es ähnlich geht. Freunde und Verwandte verstehen oft nicht, was mit uns los ist, wenn wir in solch einer, ja, seelischen Entgiftung stecken. In solch einer Erwachenskrise. Sie können es nicht verstehen und halten auch unseren Zustand nicht lange aus. Nicht selten wird es dann fälschlicherweise mit einer Depression gleichgesetzt. Tritt Community Spy oder schließe dich einer Lerngruppe an. In meinen Ausbildungen zum Beispiel vergeht nicht eine Stunde, ohne dass die Teilnehmer bekunden, wie dankbar sie sich gegenseitig sind und den Gruppenzusammenhalt wertschätzen. Das gegenseitig entgegengebrachte Vertrauen und das gegenseitige Verständnis, die Unterstützung, das ist unglaublich wertvoll. Das ist besonders jetzt, wo die Zeit des einsamen Wolfes vorbei ist, wichtig. Selbst mir als Ausbildende tut die Gruppe und unser Zusammenhalt gut und sie helfen mir genauso durch die Zeit. Gruppen, deren Philosophie die Augenhöhe als auch die Toleranz ist, sind ein wahrer Segen für alle Beteiligten. Der nächste Tipp, Tipp 4, ist die Natur. Aufenthalte in der Natur sind eine echte Unterstützung. Es lohnt sich wirklich, sich aufzuraffen und die reinigende, erdende Kraft der Natur zu nutzen. Auch reagiert unsere Psyche auf die kosmische Ordnung der Selbstgleichnisse, die über Blätter der Büsche und der Bäume und generell der Natur immer wieder zu finden sind. Und diese nehmen wir über unsere Augen auf und es ordnet etwas in uns. Ja, es ist also, wenn es irgendwie geht, reiß dich zusammen und mach einen kleinen Spaziergang. Ja, wo sind wir jetzt? Tipp 5, ne? Tipp 5, Stille und Nichtstun. Heilsamer Schlaf und Nichtstun ist ein großes Bedürfnis unserer Seele in Zeiten dieser Erwachensphasen. Unsere Seele hat das Bedürfnis, sich von der Außenwelt zurückzuziehen und Abstand vom Alltagsgeschehen zu gewinnen. Nimm dir die Zeit ohne schlechtes Gewissen. Sie ist nicht nur erlaubt, sondern wichtig. Und der nächste Tipp ist die Fürsorge. Tipp 6. In diesen Zeiten kann es sehr wohltuend sein, Fürsorge zu betreiben. Ob du die Tiere im nahegelegenen Park fütterst, Kleidung aussortierst und Bedürftigen übergibst, Möbel, gelesene Bücher spendest, Tiere ausführst, vielleicht sogar Tiere aus dem Tierheimheim. Finde einen Beitrag, der dich nicht überfordert, dir aber hilft, die eigene empfundene Nutzlosigkeit zu überwinden. Ein Beitrag zu leisten, löst uns aus dem Hadern mit unserer Situation. Ja, und dann ganz plötzlich ist es auch wieder vorbei. Sei also zuversichtlich. Man kann nie sagen, wie lange es bei dem Einzelnen dauert. Das ist einfach total unterschiedlich. Jedoch, wenn sich alles neu sortiert hat in dir, tritt ganz plötzlich innere Ruhe ein. Du wirst eine innere Führung fühlen, eine innere Freiheit, selbstbestimmt und selbstfürsorglich mit dem Zugang zu deiner inneren Weisheit. Beginnt von heute auf morgen ein neuer Lebensabschnitt. In ihm wirst du dein Vertrauen in dich selbst entdecken, welches dich ermächtigt, deinen ganz eigenen Weg zu gehen. In Liebe, deine Schwester und Geiste, deine Linda